Hallöchen hier, der Nahlef hier und willkommen zurück im Stream, ganz entspannt, außerplanmäßig, heute an einem Freitagabend. Ja, hier zurück in Subnaudica Below Zero, wo ich heute ganz gerne den Stream dazu nutzen möchte, um meine Basis hier ein bisschen weiter auszubauen, bevor es dann auf große Erkundungstour geht. Ja, es gibt viel zu tun. Ich muss noch einige Spind hier dran bauen und Schilder platzieren. Momentan ist es nur mit diesen Schildern so möglich. Die schweben hier teilweise extrem weit von den Schränken weg. Ich kann es nicht an die Wand platzieren, keine Ahnung warum. Geht momentan nur so. Aber hey, was willst du machen? Kommt noch. So. Was haben wir denn hier drin? Das Silber. Okay. Gut, da würde ich mal sagen, hol ich den Kruscht auch noch raus. Der hier überall verteilt ist. Ich könnte den noch mitnehmen. So. Da kann man das Blei reinmachen. Hier haben wir Gold drin. Und hier Lithium. Das heißt, ich brauche ich definitiv noch ein paar Spinde mehr. So, ein Quarz mit zwei Titanen. So, Quarz haben wir hier. Okay. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch Farm gehen. Okay. Sehr schön. Gut. Gut. Eine Rolle Quarz und anderen Kruscht. Kupfer brauchen wir auch noch für die Schilder. Aber primär Quarz und Titan erstmal. Aber es steht jetzt im Glück hier überall rum. Sonntag geht's weiter ganz entspannt mit Conan. So, und Nahrung reicht noch soweit. So, da ist noch ganz viel Quarz. Gucke mal da. Sehr schön. Etwas Kupfer. So, genau hier nach hinten nach Cargo Rocket Island geht's dann auch noch. Aber jetzt erstmal ganz entspannt Basis ausbauen. Ähm. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hier nicht vorhanden. So, was war hier? Das Blei. Das war mal Kopfverdraht, genau. Und hier drin war Gold. Gut, und dann noch ein paar weitere Spinde bauen. So, was war hier? Passt da noch einer hin? Irgendwie? Gepresst? Ja, okay. Ich glaube, der ist Buggy, ne? Nein, ist er nicht. Okay. Das sah nur so aus. So. Das Lithium. Da waren die Diamanten drin. Okay, dann kannst du noch mal hier. das Blei. Und hier noch ein bisschen Silber. So, dann würde ich sagen, könnte ich sagen, kannst du hier noch einen hinstellen. zwei Quart, zwei Quart, zwei Quart, zwei Titanen, zwei Quart, zwei Quart, zwei Quart habe ich nicht mehr. Okay. mal gucken was hier noch drin ist da ist noch ganz viel titan diesen leer das schwefel und das lithium drin ist leer da war die tischkorallen und die körperchen und das auch leer ok ich glaube ich sollte mir auf jeden fall noch die batterie ladestation erstmal bauen so kabelsatz und kupferdraht da brauche ich zwei kupferfinger ok kann es noch mal losziehen und kupferdraht und kopf bisse titan und 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 Bye ich glaube so weit habe ich alles eingesammelt Das 1 ist aber gelb, ne? Da vorne ist noch ein Inventar voll, okay. So, Kupferdraht. Und was war es noch? Ein Kabelsatz, das heißt Silber, brauche ich dafür. So, Kupferdraht. Sehr schön, dann kannst du nämlich hier die leeren Batterien schon mal aufladen. Wo setze ich denn die hin? Passen die da oben noch dran? So, das ist die Sache. Ich glaube, ich könnte hier in den Gang reinsetzen, ne? Dass du eins hier hinwachst. Dann entsprechend die ganzen leeren Batterien schon mal reinsetzt. So, da brauche ich natürlich noch die irregie-zellularen Station. Dazu brauche ich einen erweiterten Kabelsatz. Da brauche ich noch acht. Acht Titan. Das ist wahr? Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, brauche ich noch was zum Essen? Na komm, lass dich fangen. Amen. 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 Gut, das reicht. So, noch mal hier Magnetiz. Dann noch eine leere Batterie, die kannst du mitnehmen. Oh Gott, dafür brauche ich auch überall doch alles, wann spinnt er, hey. Okay. So. Aber was reicht denn noch, hey? Das ist ja voll lang an. Super. So ist Magnetiz. So ist Magnetiz. So. So, gucken wir mal hier. Ja. Da ist noch einiges. Überall am Rand. Überall am Rand. So. So, hier die Segleiterfragmente. kann man auch scannen. Kann man auch scannen. Gibt dann jeweils zwei Titan für bekannte Baupläne. So. Du kannst alles mitnehmen. Auch hier überall Zeugs am Start. So, was noch? So, da ist noch ein. Flumpflump. 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 Kupfererze, in der Tafel. Nein. Nein, dann trinkst du mal was. So, und hier ist wieder scheiße Nebelwetter. So, aber das passt ja. So, aber das passt ja. So, aber das passt ja. Okay, was fehlt mit Titanen? Ne, Quarz. Okay, das ist dann der letzte. Dann sollte es erstmal erreichen. So, wie viel Kupfer habe ich denn? Zum Beschriften. So, drei Stück, okay. So, was war hier drin? Das Lithium. So, was war hier? Hier ist der Diamant. Kristallina Schwefel. Das passt doch schon mal soweit. So, hier war das ein Magnetid drin. So, ich muss gucken, ob ich irgendwie noch, da ich wie gesagt, hier sind die ganzen Grundrohstoffe drin habe, schaue ich mal, ob ich dann hier hinten an die Wand irgendwie diese ganzen Bauprodukte oder hier die Craftingmaterialien irgendwie hinsetzen kann. Schauen wir mal. So, du lässt mich in Ruhe, du verpiss dich. Alles mitnehmen. So, die Salze lasse ich mal auf den Boden. Die interessieren mich momentan nicht wirklich. So, guck mal, das ist noch eine Kiste. Schau mal. Nährstoffblocks, sehr schön. Aber hier war ich schon gewesen, ja genau, alles schon gelootet. Oh, du Lappen ey, meine Fresse, dieses Pissviecher geht mir auf den Sack ey, du Schwanz. Wo bist du denn jetzt hin mit meinem Zeug? Ey, fick dich doch, ganz im Ernst. Her damit. Arschloch. Ey. Also kurz nochmal saufen, klauen erstmal dein Zeug. So, auf geht's. So, da noch. Adwemo. Ah, eine Tangwurzel. Dieses Witzgefecht erstreckt sich gewöhnlich von einer Höhlenwand zu einer anderen. Okay. Das ist jetzt nichts so besonderes. Oh, da haben wir noch so ein Nest von den Viechern. Seekoboldnest. Fragment einer mobilen Fahrzeugstation. Das haben wir auch schon. Salzabergung brauchen wir erstmal nicht. So, hier noch. So, bloß dann denke ich, jetzt Zeit wieder raus zu schwimmen. So, wobei, hier sind noch die Pflanzen dann. Passt das? Was ist denn das? Eine Wurzelblase. Was macht denn die? Eine Wurzelblase aus einer Teilhöhlen enthält, äh, 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 äh. Sonst freudigen Bestandteil. Okay. Was auch immer. Gut. Auch nicht. Gut, aber soweit ist hier. Inventar voll. Da geht's auch noch runter. Guck mal hier. Ach du Scheiße. Ich darf bloß nicht zu weit hier runter. Ach, guck mal, hier ist noch ein Bauerkonstrukt. Gut. Das kannst du auch mal mitnehmen. 5 von 15, wenn du schon mal hier bist. Die gilt es ja auch noch zu scannen. Jetzt haben wir wieder raus hier. So, zwischendurch immer wieder speichern. Kracherfische sind ja auch. Inventar voll. Okay. Inventar voll. Oh, leck mich doch. Boah. Ey, diese Wichsviecher. Meine Fresse. Arschloch. Ey, ganz im Ernst. Ey, ich schlach die alle ab. Ich schlach die alle systematisch ab. Ich schlach die alle ab. Es ist unglaublich. Ey, diese Viecher. Meine Herren. Dankeschön. Dankeschön. Okay. Da brauchen wir nochmal zwei Titanen. Oh Gott, da habe ich ja noch jede Menge. Zwei, eins, zwei, eins, zwei. Das reicht noch für drei Spinde. Okay. Zwei und da noch eine. Sehr gut. So. Die ist voll, aber die da sind leer. Gut, ich könnte eigentlich hier noch eine Geschichte hinsetzen für die Batterien. Magnetides. Gut. Silber kommt hier rein. Das Glas will ich dann hier drüben hinschauen. So. Und dann. Ja, geht's weiter. So. Fasergewebe. Silikonbomé. So. Gelsäcke. Ionenwürfel. Kannst du eigentlich alles schon mal noch übertragen. Gelsäcke. Und die Fische hier, ne? Nach wie vor. So. Also. Fasergewebe. Silikonbomé. Den Schmierstoff. Dann kommen hier die Gelsäcke rein. Und die Ionenwürfel. Und die Ionenwürfel. Wobei ich die, glaube ich, irgendwie separat gerne noch horten möchte. Muss ich mal gucken, wo. Ich glaube, ich könnte ja auch zu den Ladebestandes sind ja eher so batterienmäßig. Soll ich die separat irgendwie hier in den Gangreinzimmer. Dass ich mir dann hier noch einen Schrank hinsetze. So. Jetzt sollen wir mal gucken gehen. Was hier noch zu holen ist. Die Dinger, die Tischkorallen brauchen auch noch. Abteil. Was macht denn jetzt nöt? Und. Hat es da hochgefahren? Haha. Okay. So. Die hier. Und oben da ist auch noch. Ein bisschen Blei. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, ich habe ja alles rausgenommen. Stimmt. Okay. So, ihr lieben Fischis. Dankeschön. Oder was hörte ich denn mal ein Schreien? So, zum Fressen kannst du das hier mal mitnehmen. Und das ist ein desinfiziertes, oder ein destilliertes Wasser, ne? Desinfiziertes Wasser, okay. Okay, jetzt noch ein paar Blasenfische noch einsammeln. Vielen Dank. Jawoll, okay. Dann würde ich sagen, erst mal den Spind hier rein, insofern man den hier hinsetzen kann. Oh Gott, der ist mitten im Fluss. Nee, komm, da machst du so ein Wandspind. Einmal hier ein. Und dann würde ich sagen, mache ich das wohl separat für Batterien. Aber da macht er das. Ob er das da nicht gemacht? Kollege? Okay, wollte er nicht. Da kann ich den dann noch hier nebendran setzen. Okay. Gut, dann. Batterie. Doppel T, natürlich. Batterie. Wie heißen die Dinger? Energiezelle. oder N-Zellel. Und der. Die Jungenwürfel, okay. So, die brauchen noch zum Aufladen. Das heißt, alle Batterien kommen jetzt hier rein. Und Energiezellen hier rein. Jetzt brauche ich allerdings noch eine Energiezellen-Ladestation. Lithium-Erweiterter-Kabelsatz. Genau, die nimmst du raus. Und machst sie hier rein. Bei einem erweiterten Kabelsatz, da brauche ich erstmal einen normalen Kabelsatz. Und einen Computerchip, das heißt, da brauche ich Tischkoronprobe, Gold- und Kupferdrahts. Und die habe ich alle noch drüben, okay. 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 Und ein Holz. Und ein Holz. Und ein Holz. Und noch mal zweimal Gold, ja, natürlich. Das war es dann aber auch hier mit Gold. So. Und zwei Lithium. So, den kannst du da mal hier fett da neben dran packen. Jawohl. Da würde unten drunter nämlich auch noch eine dran passen. Super. Ein Träumchen. Sehr gut. Okay. Wie viel Titan habe ich? Zwei Stück. Das heißt, es reicht für einen Spind. Den du da noch hier hinten hinsetzen kannst. So, diese Geißelklösschen. So, diese Geißelklösschen. Kannst du da rein machen. Und dann hier neben dran Tischkoronprobe. Gut. Warte mal, dann. Weiter geht's. So, hier ist jetzt soweit alles leergeräumt. Und deswegen geht's. Vielen Dank. So, hier ist alles schon abgegrast, aber da hängt noch Zeug. So, hier ist alles gut. 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 Hier ist alles gut. So, 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 hier ist alles gut. dabei, ne? Das ist generell 28 Prozent. Das ist noch 2 Prozent, okay. Aber man hat ja genug Batterien. Tischkorallenproben kannst du eigentlich auch mal mitnehmen. Das ist noch 2 Prozent. So, da liegt noch was rum, Fragment einer Seebahn. Die findet man auch hier überall in der Rankenschlucht. Hier schwimmen viele Raubfisch rum. So, da liegt noch was rum. So, da liegt noch was rum. So, die Sachen habe ich schon alle. So, kann ich die jetzt hier auch scannen? Eigentlich mittlerweile. Nee, die nicht. Die Torbögen haben wir nicht. Okay. Da möchte ich noch questmäßig etwas weiter kommen. Was die Story angeht. Oh, ich hasse die Viecher. Aber der kristalline Schwefel ist wichtig. Inventarfolger natürlich. Okay. Okay. Dann wieder zurück. Und noten zurück. Vielen Dank. Welcome aboard, Captain. So, dann machst du hier hinten weiter. So, da ist der Schmierstoff. So, da ist der Schmierstoff. So, da kannst du noch drei Quants mitnehmen. Da kannst du die Tischkoralle... Haben die Schaumplatz? Ja. Der Schwefel... Keine Energie. Natürlich. Ich mache mal so viel mitgebauten Sachen. Auch kein Wunder. So, und jetzt hier noch. Was fehlt? Quarz. Eins, zwei... Habe ich noch Titan? Nein, also noch zwei Spinte. Okay. Eins. Zwei. Ich glaube, zwei dürften da noch hinpassen. Und dann war es das. Okay, dann reicht das aber auch dick. Ich glaube, so viele Rohstoffe gibt es gar nicht in dem Spiel. Das sollte aber passen. Also, Quarz und Titan. Oh, und Batterie. So, warte mal, wo ist die... Die ist leer. Ich nehme sie ja jetzt. So, ein Nährstoffblock noch am Start. Und dann ist der Nährstoffblock noch am Start. So, und hier ist noch Quarz. Bischkenblei. So, hallo euch und ihr beiden. Ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. So. Titan und Kupfer. Brauchen wir noch. Hauptsächlich erstmal Titan noch. Aber ich nehme alles mit. Was man gebrauchen kann. So. Oh, dicker Ruttler. Und wieder runter. Ich habe, guck mal, da ist ja auch noch was. Mobile Fahrzeugstation. Okay, die hat man schon. Geht das hier lang. Oh, nein, hier durch. Okay. Und hier hängt auch noch ganz viel Zeug. Super. Super. Inventar voll. Na, natürlich. Oh, es geht so schnell. Ich brauche definitiv viel mehr Platz. Was immer so schnell voll ist. Furchtbar. So. Aber das dürfte für die letzten beiden Spenden reichen. Und dann ist der große Raum so zugemüllt und voll mit Spenden. Und das reicht für sämtliche Ressourcen. So. Okay. Gut. Ist gar nicht übertrieben. In keinster Weise. Jut. Dann jetzt noch die weiteren Schilder. Okay. Das ist mal hier dran. Der Gelsack. Und die Geißelkörbchen. Okay. Das ist hier. Hier sind die Tischkorallen. Okay. Dann. Kannst du hier mal. Einladen. Das Blei. Das Silber. Gut. Okay. Dann. Schaut. Hier ist alles noch voll. Wunderbar. Das produziert weiter Energie. Und dann würde ich sagen. Und dann würde ich sagen. Könnten wir ja hier weitermachen. Mit dem Wohnzimmer. So. So. Da würde ich jetzt mal hier ein bezogenes Doppelbett hinballern. so. Das brauchen wir mal. Zwei Titanen und das Phasergewebe. Ich glaube hier würde ich mir ganz gerne auch irgendwie so den Rundumblick mal gönnen. Das heißt da müsste ich dann auch noch Fenster reinsetzen. Dann verbrauche ich Glas. Jetzt haben wir Titanen zur Verstärkung. Okay. Glas mache ich aus Quarz. Genau. Zwei Quarz. Da gibt ein Glas. Glas. Das geht allerdings hier auf Kosten der. Oder Entferner Schwachstelle. Ja genau. Ja genau. Weil sonst bricht die ganze Kacke zusammen. Natürlich. Da läuft die Suppe hier voll. Okay. Oh Alek. Warte mal. Was brauche ich denn hier? Lithium und Titan. Habe ich noch Lithium? Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Scheiße. Eins, zwei, drei. Und dann hole ich mir noch ein bisschen Titan. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh Scheiße. Nein, 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 nein. Oh, ist das kacke. Oh, ist das behindert. Oh, ist das Müll. Oh, ist das ein Dreck. So, hier kommt da eine hin. Boah. Jetzt reparieren. Oh, ist das eine Scheiße. Oh, ist das eine Scheiße. So, wo denn noch? Ey, jetzt läuft mir die Drecksbude voll. Wo ist denn noch ein Loch? Hier hinten? Alter. Das ist doch wie so ein Scheißfenster. Ach Gott. Aber kann ich die eigentlich auch im Nachhinein noch hier an die anderen Wände dran bauen? Wo ich jetzt hier schon die Sachen hingesetzt habe? Das geht nicht. Schade. Fuck. Ne, das macht er nicht. Aber ich könnte hier an den Händen setzen. In diesem Zwischenden. Okay, das heißt ein Fenster, Höhne, Fenster, Fenster, Verstärkung. Was für den Titan, ey, Kollege, was ist denn los? Drei Titan, okay. Eins, zwei, drei. Dabei wollte ich mir nur ein Bett bauen. Eigentlich, ursprünglich. Okay. Sehr schön. Okay. Fensterchen. 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 So, ich glaube, hier setze ich noch eine Verstärkung hin. Und dann passt hier noch ein Fenster. Gut. So. Also. Zwei Titanen. Habe ich noch eins. So, nochmal Sammel gehen. Boah, ist das ein Aufwand, hey. So, schon alles hier. Ja. Boah, diese Viecher. Ganz im Ernst. Riesenscheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, alle tot. Arro, 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 arro. Guck mal, der klemmt noch drin. So, aber Christalina Schwefel, den brauchen wir immer. So. Wunderbar. So, da ist leer. Ich glaube, wir waren ja auch nicht von den Viechern. So, dann weiter. Ich glaube, wir sind die ganzen Möbelgeschichten brauchen wir primär Titanen. Wollen wir nochmal gucken. Also, was brauche ich? Schlingenpflanzenprobe. Okay. Schlingenpflanzen, Sammel, also Phasegewebe. Gut, dann guck mal hier. Hier haben wir das doch alles. Phasegewebe, Schreibtisch brauchen wir Titanen, Titanen, Kaffeeautomat, Titanen, Labortisch, Titanen, Gastisch, Kommandostuhl, Titanen, 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 okay. Titanen, okay. Also, primär, Titanen am Start. Gut. Gut. Mobile Fahrzeugstation, sehr gut. So, und jede Menge Quarz. Schubkanone. Ach, cool. Ja, geil. Die habe ich auch noch nicht. Schön. Siehste mal. Wunderbar. Und die brauche ich mitunter auch. Ein bisschen Silber. Ach, hier haben wir das Reparaturwerk, den Laserschneider. Ja, sehr cool, stimmt's. Den kann man hier auch finden. Oh Gott. Da muss ich erst mal gucken hier. Laserschneider. Den könnte man hier hier finden, genau. Der lag hier überall vereinzelt rum. Hier auf dem Boden. Oh Gott, wo ist denn da noch einer? Laserschneider. Laserschneider. Den braucht man, um die mitunter verschlossenen Türen zu öffnen. Guckst du doch mal. Die kann man, glaube ich, sich auch fangen und ins Aquarium reinstecken. 60 Sekunden noch Sauerstoff. Ich müsste auftauchen. Oder wahlweise hier so eine Blume inhalieren. Oh, Laserkatter. Verdammt. Ich meine, der wäre auch außerhalb hier von diesen Geschichten gewesen. Fragment einer Schubkanone. Ja, cool. Yeah, Baby. Sehr gut. Okay. Das heißt jetzt noch den... Nein, ihr verpisst euch. Ihr verpisst euch, ihr Lappen. Ihr könnt mich mal. Ihr Arschlöcher. Fickt euch. Eventar voll mal zwei. Okay, gut. Das heißt, auftauchen. Okay. Okay. Boah, der ist ja Schneider. Verdammt. Der muss ja irgendwo rum suchen. Irgendwo gibt es den auch hier. Aber erstmal rausfinden. Ich bin hier raus. Hallo? Scheiße, 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 scheiße. Oh, Crap. Okay. Aber solange sie pflanzen, sie sind, ist es okay. Geht das alles noch? Laserschneider, Laserschneider. Nein, 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 nein. Lass es. Lass es. Lass es. Lass es. Du Pissvieh, du kleiner Ficker. Ey, gib mir mein Zeug her, du Arsch. Meine Fress. Ich hasse das. Ey. Zwei von drei. Der nächste Pimmel. Ey, ich hasse die Viecher. Ganz im... Boah, ich schlachte euch alle ab. Ich rotz euch alle ab. Ey, komm, gib her den Scheiß. Und lass mich heraus jetzt. Fickt euch doch alle. Ich will hier aus. Ey, ist das ätzend. Ist das ätzend. Boah. Nein, hau ab. Ich will hier raus. Ja, ja, ja. Boah, cool. Okay. Alter Finne. Gut, aber ich muss nochmal rein. Komm, lass mich hoch. Ich will speichern. So. Bei der Laser-Cutter, den hätte ich ganz gerne jetzt noch. Okay. Rein geht's. Irgendwo muss ja noch ein Teil sein. Irgendwo hier auf dem Boden. Müsst noch einer rumliegen. Wahlweise auch in so einem Kugelnest. Da. Boah. Genial. Yeah. Mega gut. Okay, schnell raus hier. Das heißt, Schubkanone und Laser-Cutter. Alles gleich. Wunderbar. Sehr schön. Ja, danke schön. So, jetzt hier. Bau mal das Bett. Das habe ich gesagt. Ein bezogenes Doppelbett. Ganz entspannt. Gehen wir jetzt hier hin. So, dann kann man ja gucken, was kann man denn noch bauen. Ein Labortisch. Ich hätte da noch einen Schreibtisch irgendwo. Vielleicht hier in die Ecke. So, natürlich mit dem Kommandostuhl. Sehr schön. Kann man sich ersetzen. Ich habe noch Platz zum Händersen. Natürlich. Dann hier. So, nee. Fuck. Oh, das war falsch rum. Warum denn falsch rum? So, hier. So. Jetzt aber. Ja. Sehr schön. Okay. Gut. Dann, was brauchen wir noch? Ich hätte gesagt, das Aquarium würde ich mir ganz gerne noch bauen. So, laboratisch. Könnte man sich irgendwie hier hinsetzen. So. Dann da drauf den Kaffeeautomaten. Wo kann ich hier draufsetzen? Geht das nicht? Ach, da muss ich eine Wand anbringen. Ah, okay. Kann ich hier jetzt mehr putzen? Okay. Das läuft doch aus. Komplettet. So, H2O-Messor, Aberkörper N50. Den gönne ich mir jetzt. Sehr schön. Gut. Dann, was noch? Wandregal. Ein Kühlschrank. Eine Bank. Gucken wir hier zum Entspannen. Sehr schön. Jawohl. Kann ich sagen, könnte ich mir an diese Wand hier irgendwie die Aquarien hin machen. Zwei Glas und Titan. Dass man sagt, hier kommen da fetten Regal. so ein richtig cooles Mega-Aquarium Vielen Dank. Das sieht doch gut aus. Okay, das heißt, ich brauche sechs Glas und Titan. Uh, ich brauche jede Menge Quarz, ne? Zwei, vier, sechs, acht, neun, zehn. Das reicht nicht. Ein Glas noch, okay. Also ein Titan, beziehungsweise ein Quarz. So. Und die Fische fürs Trinken, so liebes Quarz. Was ist das, das ist hingehüpft? Da. So. 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 Ein Quarz, bitte. Da vorne. So. Genau, das war alles schon mitgenommen. Oh, jetzt noch ganz viel Zeug. Momentar voll, okay. Quarz. Momentar. So. Dann hat man da soweit auch die Aquarien-Alarm-Start. Okay, keine Batterie. Okay, keine Batterie. Das ist nicht gut. Okay. Aber es sieht doch schon schön aus hier, von außen. kann es nicht meckern. Kann es nicht meckern. So. Wasser. Und dann baust du mal fertig hier. Denn da kannst du nämlich auch dann die Fische rein dödeln. Ich glaube auch die Pinguine. So. Gut. Gut. Dann würde ich sagen. Letzte den Rest mal rein. Quarz habe ich keins. Zweifel aber, dann den Schwefel. Hier das Gold, das ist echt praktisch. So. Okay. Und speichern. Dann guckst du mal, was ist hier mit diesem Kontrollraum. Den würde ich mir auch gerne machen. Noch ist halt nur die Frage, wohin ich den setze. Kann ich den theoretisch gesehen irgendwo hier oben drauf ballern? Oder setze ich den irgendwo hier nebendran? Irgendwie so. Das geht aber auch nicht. Das geht aber auch nicht, ne? Aber ich hätte den halt schon ganz gern irgendwie verbunden. Ohne was, was im Weg ist natürlich. Vielleicht da nicht hinten das wieder rausnehmen. Ah, genau. Das geht. Gut. Dann machst du den hier dran. So. Titanerwetterter Kabelsatz und Glas. Okay. Hallo, lieber Modric. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut. Welcome aboard, Captain. So. Also. Dann Kontrollraum. Da haben wir, da penst du mal an, vier Titan und Glas. Das habe ich. Den erweiterten Kabelsatz. Das heißt, brauche ich erstmal den normalen Kabelsatz. Ja, Mac ist auch soweit gut. Danke. Wochenende. Da geht's ja immer gut. So. Ähm. Vier Titan. Und den erweiterten Kabelsatz. Oh Gott, was war das denn nochmal? Gold mit Computerchip. Also brauche ich drei Gold. Zwei. Habe ich überhaupt drei Gold? Habe ich so viel noch? Natürlich nicht. Hahaha. Wie es immer ist. Ey. Meine Fresse. Ist uns furchtbar. So. So. Einmal raus. Zweimal raus. Dann. Müsst du das rein. Und die kannst du aufladen. So. Okay. Die hebe ich mir noch auf. Gut. Gold. Äh. Das heißt, wir wieder zurück in die Ranken. Ich glaube ich nehme die Seebahn. Es geht schneller. So. Mal rein. Und ab dafür. Batsch. Das ist aufschlagen. Wir haben gegen die Fische fährt. Batsch. Hahaha. Immer wieder ein Träumchen. Batsch. Geht's auch bei den Viechern? Ich hasse euch. Ihr klaut mir nicht mehr meinen Scheiß. Ihr Lappen. So. Ich fasse alle über den Haufen. So. Aber es nimmt doch auch nicht Schaden. Hey. 96. Dann. Guck mal. Da ist doch schon. Ein mögliches Gold vorkommen. Jawoll. Sehr gut. Da unten ist noch Titan. So. Da sehe ich Krachbogenfische. Und weg hier. Boah. Diese Drecksviecher. So. Da ist auch noch einer. Boah. Die sind ätzend. so. Was haben wir hier? Fahrzeugstation. So. Aber ich brauche Gold. Da guckst du mal. Nein. Natürlich nicht. Was? Wo? 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 Da liegt noch ein Laserschneider. Du nimmst mir nicht mein. Ey du. Ich fahr dich über den Haufen. Ich fahr dich über den Haufen. Nein. Nicht meinen Scheiß nehmen. Boah. Du Pimmel. Boah. Ist das ätzend. Ey. Die Jungs ganz im Ernst. Gib mir meinen Scheiß wieder. Danke. Ey. Ist das cool. Voll uncool. So. Oh. Das sieht gut aus. Einmal. Titan. Gold. Gold. Ist sehr schön. Da hat man hier echt gute Chancen. So. Noch 60 Sekunden. Sauerstoff. So. Das sollte schleunigst an die Oberfläche. So. Wo sind meine Seebahn? Wo ist die Seebahn? Seebahn da hinten. Oh Gott. Das ist so verwinkelt. Das ist so furchtbar. Okay. Aber bloß nicht in Panik geraten. So. da geht es hoch. So. Für Gott habe ich jetzt drei Stück. Da könnte ich noch mehr gebrauchen. erstmal hier wieder Sauerstoff tanken. Okay. Und raus geht's. Jaja, ich. Jaja, ich, ich. Eijaja. Ja. Da kann ich nichts mehr scannen. Da ist noch was. Und jetzt. Ja. Piss dich. So, Gold, Gold, Gold. Irgendwo hier noch? Nee, ne? Sehe ich keins. Okay, gut. Was reicht auch erstmal? So, ich könnte hier noch in die bei den ganzen Feuergruben hingehen. Da gibt es ja auch noch massig Gold. So, hier sterbt ihr Pimmel. So, ich fahr dich überlaufen hier. Die ganze Spezies wird umgefahren. Mann, die sind so nervig. So. Alles klärchen. Dann habe ich ja genug Zeugnis zu bauen. Einparken. Also, ein Computerchip. Tischkorallen und Kupferdraht. Boah, leck. Eins, zwei. Tischkoralle. Wo habe ich die denn? Ich glaube, hier neben denen, ne? So, jetzt aber. Kupferdraht. Computerchip. Erweiter der Kabelsatz. Erweiter der Kabelsatz. Und jetzt kann ich das fertig bauen. Sehr gut. Geh doch die Scheißtreppe hoch, Mädel. Danke. Ey, die Mutti, ne? So. Oh, da bin ich mal gespannt. Bei plus 17. Es sieht schon mal cool aus, aber ich habe keine Ahnung, was das Ding mir noch mal gebracht hat. Gehst du da mal gucken? Ach, es zeigt mir die Zeit an. Strukturelle Integrität. Cool. Energieversorgung. 90% minus 0,15. Weil, das zieht Strom wie Sau hier, oder wie? Tauchboot. Name. Was denn für ein Tauchboot? Was? Wie? Wo? Was? Was? Ah, okay. Kann ich die Karte hier scannen, oder wie? Okay. Ja, ich will aber raus hier. Ich will raus. Okay. Was denn für ein Tauchboot? Wo kann ich denn hier ein Tauchboot? Fahrzeugeweiterungskonsole. Was denn für ein Tauchboot? Was kann man hier machen? Tauchboot? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe es. Das ist cool. Das ist schon mal ein Anfang. Tauchboot? Ich checke es nicht. Kann ich da meinen, meinen, meinen? Hey, Fischi. Kann ich da hier die, äh, die Seebahn drankoppeln? Schätzelein, lass mal probieren, ob das geht. So, keine Ahnung. Ne, das bringt nichts. Was habe ich denn dann davon? Von diesem Kontrollraum? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gut. So, alles gleich. Dann, was kann ich noch bauen? Den Scannerraum kann ich noch bauen. Dankeschön. So, Kontrollraum. Das ist kein Raum. Oder Rohstoffe und Wracks in Reichweite. Kupfererz und Tischkoraleprobe. Okay. Zwei Kupfer, eine Tischkorale. Das habe ich. Hier eine. Und noch. Kupa Libre. So, wunderbar. Nur, wo kommt der hin? Ich könnte den. Ich könnte hier eine Röhre hinsetzen und den dann. Und den. Hier hin bauen. Wenn das geht. Das geht. Ich wette, mir fehlt Titane. Passt das? Ey, super. Cool. Das heißt, hier könnte ich jetzt die Verstärkung hinsetzen. So. Badam, 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 badam. Natürlich. Lieber Labortisch, es tut mir leid. Du musst weichen. Ach ja, cool. Modul. Okay. Scanner, ob ich heute 300 Meter. Erweiterungsmodul. Okay. Ist ganz heiß. Baum. Magnetiz. Reichweitenmodul. Sichtfeld. Chip. Kameradrohne. Und Beschleunigermodul. Das heißt, hier kann ich die ganzen Sachen dann orten, die wir in der Nähe sind. Okay. Gut. So, dann verstärkt mal hier. Das Ganze geht das? Ja, da. So, Lithium und drei Titanen. So, verliere ich jetzt eigentlich Energie? Oder gewinne ich welche hinzu? Ist das schon hier aufgeladen? Das ist alles hier aufgeladen. Der produziert auch noch fleißig. Okay. Dann. Was war es? Lithium. Da. Habe ich keins. Oh, leck. Okay. Du möchtest erst mal dekonstruieren. Gut. Ja, wunderbar. Haben wir doch soweit alles. Wichtiger erst mal. So, du kommst mit. Du kannst dann wieder hier rein. So, der Schwefel. Und der Titanen. Habe ich noch was zum Essen? Nein. Okay, ich muss nochmal losziehen. Ein paar Fische holen. Ah, auch fürs Aquarium. Kann ich eigentlich ein paar reinsetzen. So. Kann ich noch mitnehmen? Aber ich meine, ich habe mir auch irgendwo so ein Ei mitgenommen, glaube ich. Von diesen komischen Viechern. Die wir das Zeug klauen. So, komm, dich noch. Schaust du doch manchmal irgendwo in der Kiste? Dürfte der noch umpimmeln? Oder ich habe mir entsorgt. Ich weiß es nicht. Kann auch sein. Okay. Jetzt war der Pinguin. Okay. Gut. Dann Essen. Ich glaube, drei von den Boomerang-Fischen sollten lang. Jawohl. Jetzt noch ein bisschen Wasser. Da könnte ich mir eigentlich auch noch einen Spind irgendwo aufbauen für Wasser und so Sachen und Nahrung. Das fehlt noch. So. Und für Erste-Hilfe-Geschichten. Aber ich glaube, dieser Kontrollraum zeigt auch an, wo meine Basis ist, ne? Damit er gleich so zu finden ist. So. Was wollte ich machen? Ah, genau. Die Viecher ins Aquarium schmeißen. So. Wir gehen das. Benutzen. Passen. Acht Stück rein. Ja, schön. So. Pinguin. Der schwimmt da rum. Ja, cool. Okay. Okay. Gut. Dann genau. Hier habe ich ja meine fette Kaffeemaschine. Das heißt, irgendwie könnte ich darunter doch den Kühlschrank bauen. Erstmal als Deko. So. Brauche ich Glas und Titan. So. Habe ich noch genug Quarz? Natürlich nicht. Aber es dürfte für einen Spind lang. So. Genau. Dann kann ich mir hier nämlich irgendwie wasservorrat mäßig... Das kannst du irgendwie hier hinstellen vielleicht. Und das desinfizierte Wasser auch. Gut. Dann brauche ich da noch ein Schild. Damit ich weiß, dass da Wasser drin ist. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, hier ist das Schild. Und... So. Wasser. Gut. Sieht echt kacke aus, dass hier so ein Ruhmspeben ist. Aber hey. Das passt schon. Sehr schön. Wasser habe ich. Kaffee habe ich für Wärme. Vor allem hier gibt es auch für Umheil was Gutes. So. Was habe ich hier jetzt eigentlich markiert alles? Kontrollraum kann weg. Und der Kupferdraht auch. Das brauche ich ja nicht. So. So. Was war eigentlich hier unten, diese Sache? Am Energietransmitter erhöht die Reichweite eine Energiequelle. Okay. Und die Schneefuchsschweberampe. Die kann ich außerhalb nur platzieren. Ein Lebensraumzuchtbehälter. Auf die herumpflanzen ist eine Luke hinzuzufügen. Das Ding brauche ich mir auch noch irgendwo hin. Ja, cool. Stimmt. Das gab es ja auch noch. Ich glaube, den mussten wir mittig auf so ein großes Ding hier setzen. Okay. Warte mal. Das würde ich mir gerne noch bauen. Das kann ich auch schon machen. Ja, cool. Und eine Raumtrennertür. Okay. So. Was brauche ich dafür? Zwei Titanen und fünf Glas. Das sage ich. Ich brauche zehn Quarz. Ich habe nichts. So, Titan. Titan. Habe ich noch genug. Okay. Gut, dann noch mal Farben gehen. Boah, dann baue ich mir das Ding. Warte mal, dann kann ich mir auch so ein Ei mitnehmen, ne? Das mache ich jetzt noch. So, habe ich eine Batterie dabei. Eine noch. Okay. Dann kann ich nämlich hier unten bei diesen komischen Kobold verwichten. Da war irgendwo noch ein Nest mit einem Ei. Das Katz hier dann mitnehmen. So, jetzt mal speichern. So, und Quarz mitnehmen. Jede Menge Quarz. Das Schönste ist, dass es hier in diesen Feldern nicht viel am Spawn ist. So, jetzt aber mal. Geht's mal gucken, ob du dieses Nest noch findest. Was war noch hier irgendwo gewesen? Ja. Sehr schön. Wunderbar. So, und wieder raus. Und das noch. Guck mal hier. Sehr schön. So, wie viel habe ich? Zwo, vier, sechs, acht, neun, eins noch. Hier. Wobei, warte mal, für eine Luke. Welcome aboard, Captain. Ja, danke schön. Für eine Luke. Warte mal, was brauche ich für eine Luke? Brauche ich auch noch mal Quarz. Oh, leck. Okay. Das heißt. Fehlen noch einige. Fehlen noch einige. Da, wir wollen aber. So, da ist noch jede Menge. Wunderbar einmal. Zweimal. Dreimal. Was ist das denn? Oh, es macht Aua. Kälteblock. Okay. Scheint noch unfertig zu sein. Scheint, kommt hier noch irgendwas hin. Okay. So, das soll genug Quarz sein. So. Dann zurück. Das war's für heute. Also einmal, zweimal. Oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. So, also, den Zuchtbehälter. Der braucht sogar zwei. Ach du Scheiße. Okay, und jetzt noch die Luke dann. Oh, zwei Titanen fehlen noch. Ey, Mann. Boah, ist das mega behindert. So, jetzt aber. So, wo kann man denn die Luke hier dranpimmeln? Da vorne. Cool. So. Und jetzt? Kann ich was machen? Seekolper 3. Oder muss ich das von außen irgendwie hier benutzen? Oder muss ich das einfach mal fallen lassen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, lass mal fallen. Und jetzt? Und jetzt? Wachse und gedeie. Oder muss ich auch irgendwie was hier an Viechzeug reinschustern? Und pflanzen oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, dann muss ich hier zum Fressen holen. Kein Planung, ob das was bringt. 88. Oh Gott. Das zieht ordentlich Energie anscheinend. Okay. Und zwar ordentlich. So. Guckst du mal, was passiert. Oh, das ist ja mega cool. Okay. Das heißt, ich bräuchte im Prinzip hier noch so einen Generator. Wobei jetzt? Ach, das ist anscheinend. 575, weiß ich. Gut. Würde ich sagen. Hat mir doch jetzt erstmal einiges geschafft. Ich bin gespannt, ob das hier was wird. Ob das so funktioniert. Gut. Schaust du mal. Dann würde ich sagen, ist das hier alles? Erstmal, soweit erledigt. Ich könnte im Prinzip noch hier mir die nötigen Sieber-Lockabteil für den Krebs. Sieber-Schlafabteil. Das kann ich alles noch. Das muss ich alles finden hier. Da würde ich aber dann in der Folge dann hier auf Erkundungstour gehen. So, Schneefuchs haben wir alles. Genau, Reparaturwerkzeug, den Laserschneider, Diamant, Batterie, Titan und Kristalliner Schwefel. Und was war es noch? Ein Auftriebskörper, verbrauche Sauerstoff- und Geschwindigkeitsschub. Und ich könnte da noch was bauen. Genau, die Schubkanone. Gut, okay. Markierst du dir das? Doch, das Ganze erst in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei werdet. Bis dahin macht es gut und ciao, ciao.